Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns Und wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht. Nee, hier geht's nicht lang. Ach, hier geht's lang. Äh, uh, die Katze. Ruhig jetzt, nimm dich zusammen. Spring zur ersten Öffnung, dann zur nächsten und reite auf den Luftströmen nach oben. Was soll ich denn sonst machen? Uh, Heini. So, da ist ein Luftström. Huiiii. So. Hab ich das gut gemacht, Katze. Und hopp, hopp. Moment, jetzt muss man auch mal schauen hier. Ah, alles klar, verstehe. Huch. Hab doch gerade ausprobiert, wie das geht mit dem Schrumpen. Ein paar Tage her natürlich, äh, seit der letzten Aufnahme wie immer. Goldene Zähne. Sehr gut. Ich bin ja mal gespannt, was uns jetzt im Auge. Und ich hör ein Schwein. Hä? Ah, hier. Schwein. Komm, Schwein. Du, 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 du. Piu. Okay. Viele goldene Zähne. Aber sonst, äh, ist ja nichts, ne? Dann hab ich bestimmt jetzt mal so eine Uhr übersehen. Äh, das ist selbstverständlich immer eine Uhr übersehen. Stimmt, ne? 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 Da. Genau da. Pam, 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 pam. Jawoll. Da. Huiiii. So. Ähm. So. Nächste Plattform. Sehr gut. War so klar. Es war so klar, dass da so ein ätzendes Vieh drin ist. So. Nein! Uah! Hat er auf den falschen Knopf gedrückt. Ne. Boah! Ich bin doch auf den falschen Knopf gedrückt. Ach da. Okay. Okay, da. Ey, warte mal! Kevin! Irgendwann fällst du runter wegen dieser Scheiße. Äh. Moment. Jetzt müssen wir mal schauen. Da. 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 Äh. Ich war jetzt da, ne? Da hab ich auf die Uhr. Ich hab die Uhr geschossen. War das schon da? Jetzt muss ich da an. Da hoch. Alles klar. So. Perfekt. Da hoch komme ich nicht. Aber da rüber komme ich. Auf jeden Fall komme ich da rüber. Zack. So. Also nicht runtergefallen. Also nicht runtergefallen. Jawohl, jawohl, jawohl. So. Gibt es hier irgendwo noch was zum Beschießen? Nee. Okay. So. Jetzt mal drüben. Drübenen, drübenen. Äh. Häschen? Nein. Es heißt, eine Katze habe neuen Leben, Alice. Ich hoffe, du hast ähnlich viele. Hm. Ich hoffe es auch. Okay. Oh. Kein schleichender Pfeil drin. So. Drehen wir mal ein Ventil. Schauen wir mal. Ah. Mhm. Ah. Hm. Halt. Da war noch ein Zahn. Da geh ich nochmal hin. Ich muss nochmal zu dem Zahn. So. Und jetzt muss ich da drauf. Und da oben wartet schon jemand auf mich. Ach die. Ich guck mal für die. Ui. Hii. Okay, okay, okay. Da sind doch unanständig viele. Alter, dämliche Fieskanner. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich hab auch hier weg. Meine Herren. Uiuiuiuiui. Kommt noch so ne Gießkanne? Naja, scheinbar nicht. So, blöd Kopf. Gibt's ja wohl nicht. So, jetzt können wir das mal mit der Blumen hier ausprobieren. Stimmt. Juhu. Kann man schön Energie auftanken. Danke für den Tipp, liebe Alice. Da sieht man auch, dass man noch drei mehr bekommt. Drei Stufen. Voll cool. Danke, danke, danke. So, dann schauen wir jetzt mal rüber. Und ne Flasche. So. So, so, so. 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 So, so, so. 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 Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war'n Fehler, oder? Das war ein Fehler. Wieso ging das jetzt auf einmal nach oben? Hui. So. Geh weg. Boah. Moment. Waffen. 675. Die Pfeffermühle können wir aufwerten. Oder die Klinge. Ich warte auf die Klinge. Und die Klinge aufwerten. Hui. Das war knapp. Okay. Das dumme Ding da schießt auf mich. Das ist überhaupt kein Problem. Weil wenn wir jetzt nach oben geschossen werden, gehen wir hier rüber. Da ist ja noch so ein Vieh. So. Ach du Scheiße. Das haut ihn ja runter. Och fuck. Und wird er von hier oben. Hohoho. Moment. Okay. Komm schießen nach oben. Hm. Super toll. So. Ich war drüben. Ich war doch drüben. Drüben. Ich war drüben. So. Oh. Ist das puh. Ja. Wird schon schwieriger. Ne. Du Schwein. Du Schwein. Der bleibt da oben. Oh. Fuck. Man. Okay. Puh Okay Nein Zu schnell gedrückt Ich wäre aggressiv hier Das sage ich euch jetzt schon Na klar So Ich habe zu schnell gedrückt Ehrlich Nervt Nervt Jetzt kommt diese Scheiße hier aber doch vorbei Okay Ach du Scheiße Ist auch noch sowas Das war knapp Alter war das knapp Ich habe sie schafft Oh Na Chef Ach so ärmer Na ja So lange nur Ihr ist Zeit Ist alles gut Ich habe die Arme die du brauchst Nun genau genommen Die der Hutmacher braucht Ach egal Ich werde dich zerquetschen Ist das eine gemeine Maus Ist das eine gemeine Maus Okay komm 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 So Das haben wir so noch So Jetzt haben wir so noch Du kommst nicht an mich ran. Nein, keine Schuppen. Nein, du meinst. Uh. Schöne Brücke. Jetzt tanken wir uns erstmal auf hier. Die ersten Blume. So. Ich brauche Zähne. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da oben kommt das raus. Alles klar. Erst da. Ach Quatsch, da oben. Aus dem Rohr meine ich. Okay, erst da. Lassen wir das mal hier rauskommen. Okay. Laufen, 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 laufen. Laufen, 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 laufen. Lauf, lauf, alles. Puh, puh, puh. So. Die soll an dir rankommen. Voll ätzend. Ne, ne. Oh, das ist der Ploch. Oh, das ist der Ploch. Auch reingefallen, ey. Oh, fuck. Fuck. Ui, 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 ui. Oh, nein. Jetzt bin ich doch noch vorbeigebeam. So. Oh, bin doch vorbeigebeam. So. Boah. Halleluja. So. Ach du Scheiße. Hier ist der Müllschlucker, oder? Jetzt müssen wir das mal hier hinter. Schauen wir mal, was es hier hinten gibt. So. Oder besser gesagt, wir sagen mal vielen Dank für's Zuschauen. Das war's für heute mit Alice Madness Returns. Wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Und ich bin sehr gespannt, wie ich hier rüberkommen soll. Bis dann, Wanski. Tschüss.